so herzlich willkommen freund ich will euch mal ein bisschen hier was aufmalen und zwar glauben menschen dass oft der der arbeitsalltag eines selbständigen dabei besteht 90 prozent die arbeit selbst zu machen also zum beispiel fotografieren oder coaching und nur zehn prozent ist der rest also buchhaltung und so weiter das ist das was menschen glauben ja und deswegen glauben sie auch an diese wunderpille von der ich immer wieder rede dass du einfach im whirlpool licks und nicht viel machen musst du bist einfach nur an deinem laptop und coach ein bisschen und so weiter oder machst ein paar coole fotos oder du weißt du so also du machst halt einfach mal kurz die dienstleistung verkauft das produkt easy peasy lehnt sich zurück und dann war es das die realität sieht aber ein bisschen anders aus weil die wahrheit ist nämlich folgendes und vor allem auch am anfang also natürlich wenn du irgendwann mal einen bestimmten punkt aufgebaut hast dann trifft es vielleicht nicht mehr so auf dich zu aber ich glaube die meisten von euch sind noch lange nicht an dem punkt weil ich selbst ja noch nicht zu 100 prozent an dem punkt bin und die meisten die das verkaufen sind auch noch nicht an dem punkt ja weil die die an dem punkt sind die reden nicht mehr so dieses dieses hokus pokus ding weil jetzt hast du hier ganz viele kuchenstücke weiß meine malerei ist nicht so geil und davon ist nur hier vielleicht fünf bis zehn prozent hier ist deine dienstleistung ja deine dienstleistung oder dein produkt oder was auch immer alles andere ist buchhaltung ist e mail marketing ist verkauf und so weiter also die liste ist lang will es jetzt gar nicht großartig prozent packen es wird den rahmen sprengen aber was ich damit einfach sagen will ist dass die wahrheit wie es eigentlich ist komplett anders aussieht also hinter den instagram kulissen ja wie das was immer suggeriert wird mit hey ich leben total lifestyle ich habe ein komplettes habe alles abgegeben ich mache gar nichts mehr und so weiter das ist in den meisten fällen nicht so und wenn es so ist ist es quatsch den leuten das zu suggerieren weil es am anfang nicht so laufen kann ja sondern wenn ich etwas wirklich real verkaufe dann sagst du dir hey kann ich dabei unterstützen ich kenne den weg aber oder beziehungsweise und es ist wirklich ein prozess wir müssen einige schritte machen du darfst einige dinge erst mal auf diesem weg lernen bevor du überhaupt an diesen punkt kommst und wenn ich von diesem punkt spreche ja dass du diesen punkt ich sag jetzt mal unternehmer vielleicht zu hoch gegriffen aber manager erreicht also sprich dass du so ein kleines team hast die für dich arbeiten und selbstständigen oder vielleicht sogar ein festangestellten dann bist du manager bist du noch kein unternehmer ja dann ist es super an den punkt zu kommen aber dieser punkt dauert mit sicherheit auf jeden fall schon ja je nachdem je nach branche je nachdem wie motiviert du bist aber ich sag mal minimum sechs monate das ist absen das ist wenn du richtig schnell bist wenn du richtig schnell bist aber er bei den meisten ein paar jahre so damit du nicht nur die weil die struktur aufzubauen das dauert nicht lange die menschen zu finden die dann das für dich machen sondern dass du die erfahrung des know how bekommst dass du überhaupt das alles bewerkstelligen kannst die tools die softwares kennenlernst teamführung kennenlernst und diese ganzen dinge die ganzen soft skills aber auch die hard skills und dessen sechs monaten das ist schon taff da brauchst du schon sehr viel talent und deswegen sage ich immer du brauchst allein um von dem und von der stufe selbstständiger manager zu kommen benötigst du schon ein zwei jahre sage ich jetzt mal im durchschnitt und dann sind die meisten noch nicht mal richtig selbstständig dass sie selbstständig leben können das heißt die meisten sie noch nicht mal an dem punkt dass sie ausgebucht sind und dann denken sie aber schon an systeme struktur management und so weiter und das ist völliger quatsch und das ist das was da draußen suggeriert wird das ist total einfach du kannst mit einer wunderpille sozusagen einfach total viel geld und sechsstellig und siebenstellig verdienen und du musst nichts mehr machen und so und das ist ein traum den vielleicht nur ein prozent und den ganzen menschen erreichen also ich kenne solche coaches die damit arbeiten und ich weiß von denen ihren coaches dass die meisten davon weiterhin nicht erfolgreich sind warum weil sie in einem traum bubble leben das ist dasselbe wie wenn du total übergewichtig bist und sagst ich will 100 kilo abnehmen aber ich will dafür nichts machen ich will einfach nur die pille schlucken ich will das coaching programm buchen ich will die supplements kaufen und dann muss es erledigt sein und so funktioniert es nicht deswegen bei real bleibt in deiner integrität sei echt und wisse dass ein business aufzubauen leistet disziplin arbeit wohnheiten verändern persönlichkeit verändern das heißt viel persönlichkeitsentwicklung weiterbildung ist und viel an den ganzen prozessen schrauben musste ich in jedem bereich auskennen buchhaltung auskennen verkauf marketing muss die ganzen bereichen auskennen und erst dann kannst du es outsourcen das ist nicht so easy wie es immer draußen zu karriert wird und deswegen empfehle ich dir auch unterstützung bitte hol dir einen coach aber jemand der dich durch diesen prozess wirklich gemeinsam mit ihr zusammen dich hinsetzt und durch diesen prozess schleust der unterstützt aber das funktioniert nur wenn du bereit bist gas zu geben dein jonas wir sehen uns beim nächsten mal